Wir kommen gleich zur Dage rein. Okay. Muss man ne neue Spitzhack wieder machen. Ich mein hier wär das Nase dann durchgerannt. Ja. Alles gehört. Aber ich glaub das bleibt da oben. In der Nähe. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir schon mal so ein Viechchen da. Siegen können. Wir müssen nur noch platt machen können. Jetzt schau ich mal, dass wir... Können wir mehr als 40 Steine einsammeln? Hattest du das mal gesehen? Wenn du mehr Platz hast, natürlich. Äh, fast Tag zu Ende. Ja. Ja, man kann mehr... Nein, man konnte vorher nur 40 Steine mal sammeln. Jetzt... Okay, dann geht es doch durch die Stackable auf Steine. Weil es Energie nur Holz angezeigt hat. Äh, sollen wir hier ein Lagerfeuer großes ausstellen? Kann zu machen. Dann mach ich das hier. Dann stelle ich auch. Meine Spitzhack ist kaputt. War noch einer? So. Ich stelle das gleich kurz vor der... So schnell wieder aufgefüllt mit dem Hunger. Ja, Herzen brauche ich nur. Ja. Und mit dem Angeln habe ich noch nicht rausgefunden. Ja, das sind nur die Teiche. Nur die Teiche? Ja. Okay. Also sonst würde das am Wasser ja auch gehen. Dämmerung? Dämmerung. Dämmerung. Dämmerung kam nicht mehr gerade. Noch. Ich spendiere gleich eine Runde Truthhand Keule. Aha. Wo hast du das hingesetzt? Noch nicht. Kommt jetzt. Kommt hier vorne. Hier. Bleib hier, bleib hier. Ja, ja. Den sitzt doch. Ist doch Reichweite genug. Ich stelle mal noch ein bisschen auffüllen. So. Braten. Ein Essig. Hast du genug Hunger? Nö, ne? Oder? Doch. Ich habe genug. Ich habe genug. Ich wollte schon sagen, ich habe keinen Platz. Aber habe ich doch. Ach, damit kann ich mich heilen mit der, mit der Honigpaste. Okay. Hast du eine Honigpaste gemacht? Ne, die habe ich da gefunden. So. Ich warte erst, bis du mit dem Ding fertig bist. Sonst macht der immer Gif. Alter, kannst du. Braucht ja ganz schön schnell. Äh, warum kann ich nicht kochen? Weil du behindert bist. Ach, die sind schon gekocht. Ich bin so behindert. Komm, Essrocki. Ess, Ess, Ess. Die Blumen. Ess ganz viele Blumen. Blumen habe ich nur noch drei. So. Gehirn habe ich auch 120 von 150. Ich habe keine Axt mehr. Oh, dann machen wir noch eine. Keine Spizehackes. Spizehackes. Ah, ha, ha, ha. Äh, hast du das hier vorne schon gesehen? Hm. Ne, was hast du denn da? Ich habe auf jeden Fall was auf der Karte angezeigt, dass er Bienennetz ist, aber sonst. Hier? Das... Wow. Oh. Ich glaube, das hast du noch nicht gesehen, ne? Okay. Okay, das ist nur das Pferd, aber sonst ist da nichts, ne? Na, ist da nichts hier noch. Naja. Ja, genau, weißt du, du bist... Du bist ja in der Nähe, aber er will angreifen. Danke. Du bist jetzt umrennen. Zentus... Zentus nicht sterben. Nö, nö. Passiert schon nicht. Keine Sorge. Hm, tot. Tot, tot, tot. Keine Sorge. Ah, das sagst du so einfach. So, machen wir noch die Spitzhacke noch kaputt hier und dann ist Feierabend hier unten. Tot, 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 tot. Wieder alles umredet, ne? Das ist ja gut. Hm, okay, meine Spitzhacke ist kaputt. Hier bin ich. Komm, komm, komm. Oh, ich hasse dich. Irgendwann schmeißt ich diesen Stuhl aus dem Fenster, wie gesagt, ja. Oh, es stellt mich getroffen. Ja, lass dich doch nicht treffen. Geh weg. Lauf einfach weiter. Und dabei war ich gar nicht so nah dran. Wir kennen das mit deinen Wiggles. Hallo. Ah, ich brauch Sticks. Hm. Hallo. Hier bin ich. 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 Alter, was. Renn, renn, renn. Hehehehe. Aber der Lautstieggericht leider, der wiggelt. Ist er behindert? Fuck. Das viel zieht ganz schön viel ab. Ja, klar. Hier kommen wir immer noch hinterher. Hilfe. Das ist mit dem Vogel und dem Yeti einer der stärksten. Okay. Der Vogel? Mhm. Der ist ja ein, dieser Ein-Aug-Vogel da. Achso. Ein-Aug-Vogel. Ein-Aug-Vogel? Ja. Ja. Ich nehm mal so paar Sticks-Dinger mit. Und pflanze die gleich bei uns oben schon mal hin. Also, sonst graben wir uns immer in der Nähe rum. Und jetzt? Komm, wir gehen erstmal. Ja. Ah, was für Pizza haben wir da? Okay. Einfach essen. Einfach essen. Einfach essen, sagt er. Ja. Ja. Ich hatte glaube ich auch irgendwo einen Pilz, aber ich weiß nicht wo es ist. Mhm. Du bist so ein Pilz. Nee. Doch. Achja, hier wollte ich weiter gehen. Aber ich glaube auch, wir können echt alles essen. Und dass ihn das was ausmacht. Nachher... Holte Grabter sich so einen Vogel vom Himmel. Achso, da ging nur Hunger runter bei den roten Blumen da. Nimm mit, was du finden kannst. 20 wären auf jeden Fall gut für den Anfang. Nimm den irgendwo von. Von den Stickdingern. Von den Stickbüschen. Okay. Es gibt ja Stickbäume, aber die Dornen oder findet man so selten. Ja? Das sind in diesen Sumpfgebieten. Da sind auch immer so viele. Ach doch, die Bäume. Ja, so Dornenbäume sind das. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob die Setzfinger haben. Nee, das kenn ich gar nicht. Aber doch. Ah doch, glaubst, gesehen haben wir die schon. Oder du auch. Ich kenn die auch. Na, 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 na. Na, 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 na! Na, 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 na. Du bist behindert. Ich nicht Hier unten sind Bienen Nice Irgendwann singen wir immer Schweine gegen Fischmenschen Jawoll, ich bin da bei Nein, wie viele Fischmenschen, was geht bei euch denn ab? Das ist egal, wir singen irgendwie immer Schweine gegen Fischmenschen, ich feier das gerade Ja Ja, naja, komm Du bist behindert Komm, tötet meiner Smash ist behindert Go and smash Hier haben wir die Schweine Da kann ich ihn nicht sehen Aua, scheiße, ich bin fast tot Wo bist du denn? Ich bin auf den Weg lang gelaufen Achso, ich seh dich aber auch gar nicht Nee Wieder irgendwo, wo ich dich nicht sehen kann Ja, jetzt muss ich ein paar Blumen sammeln Die Dämmerung kommt auch so langsam, ne? Hm, ja Wir haben einen langen Sommer Ja, ja Aber der geht auch weg Ja Dann haben wir wieder kurz im Sommer Wir stehen, dass ich mal gucken kann wieder Das ist wirklich so Däm 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 Können die Fischmenschen jetzt nicht einfach mal sterben oder so? Nö Für dich doch nicht Irgendwer ist gestorben Okay, ein Schwein ist gestorben Nicht du Oh shit Doch, ich sterb gleich Alter, wie schnell Wie schnell sind die denn? Was geht bei euch denn ab? Ja Und gleich bist du tot Naja Lass mich das dann nur aufsammeln, du Idiot Wir brauchen dann auch wieder mehr Truhen, ne? Ja Ah, ich weiß Komm, ich wollte doch nur das Froschbein noch aussammeln, aber egal Lass dich liegen Ja, ja Sonst sterbe ich wenigstens, ne? Wolltest du nur wieder Scheiße bauen Nur Scheiße bauen Alter, verschwind doch einfach Danke Oh, Dämmerung 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 Ah, ich geh mal nach Hause Ja, mach du mal Darf ich nur keine falschen Alter, ich hab die falsche Blume aufgesammelt Das geht gar nicht Was? Der geht ins Haus rein und dann ist er wieder draußen miteinander gewesen Jetzt geht's miteinander Naja, du darfst nix klicken Na, 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 ist ja dunkel Na, ich komm mit ner Fackel angelaufen Alter, hast du die Bäume abgeschlagen? Nö Aber dann war fett die F-